Und mittlerweile sind wir schon bei Woche Nummer 6, glaube ich. Und zwar ist es ganz einfach, ich zeige es euch hier einmal auf diesem Berg mit diesen drei Bäumen. Es war ziemlich aufsichtlich, dass es da ist, weil so ein, keine Ahnung, so ein Fleck da war, wo man einfach wusste, dass es da ist. Ich zeige es einfach, es ist rechts eben Shifty Chefs auf so einem kleinen Berg mit drei Tannenbäumchen. Und ja, Woche 7 gibt es bei mir auch wieder. Also falls ihr das nicht verpassen wollt, könnt ihr gerne abonnieren und Funny Moments sind bei mir auch am Start. Und bis zu Woche 7.